Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier oben in Jakenda, immer noch gerade so in Jakenda. Gerade drauf und dran hier abzuhauen. Wieder zurück nach Corinis. Aber hier ist eine Ruine und hier gibt es trotzdem viele Dunkelpilze. Guck mal, ein paar Waldbeeren. Die nehme ich da auch mit, wegen Vitaminen und so. Nein, die Dunkelpilze fürs Maler und die Waldbeeren für die Vitamine eine Spruchrolle. Schau mal einer an. Moment, Moment. Was ist das für eine? Ist das zufällig Monster-Schrumpf? Nein, schade. Hätte ich jetzt spontan vermutet, dass man hier eine Monster-Schrumpf-Spruchrolle findet für den Troll da unten. Aber da habe ich mich dann wohl enttäuscht. Apropos Monster-Schrumpfen, genau so eine Spruchrolle sollte ich mir mal besorgen. Am besten sogar mehrfach. Es gibt dann noch in Corinis den einen schwarzen großen Troll, da wo ich die Sonnenalue geholt habe. Auf dem Weg zu... Auf dem Magierpfad war das genau. Die Magierpfad. Ob der wirklich zum Magierpfad führt, weiß ich nicht. Aber ich gehe schon irgendwie davon aus, ein bisschen. So, da ist noch Zeug. Das ist eigentlich für mich hauptsächlich der Hinweis, dass hier noch nicht war und hier potenziell noch Dunkelpilze sein könnten. Aber leider sind hier direkt keine. Hier drüben noch ein bisschen was. Ja, alles okay. Gut. Ich klicke, hier kann ich eine Linie ziehen und mir merken, dass ich hier bis da gekommen bin. Denn ich würde jetzt tatsächlich gerne noch mal kurz da runter gehen und schauen, ob zwischen dem... Zwischen Verholtrons Grab und hier oben... Ist das ein Pilz? Ne. Ob zwischen Verholtrons Grab und hier oben vielleicht noch irgendwo irgendwas liegt. Oder ist. Oder... Was toll ist zum Anschauen. Oder Schokolade. Oder... Keine Ahnung. Könnte ja sein. Ein schwarzer Goblin, siehst du mal. Ist ja fast so viel Schokolade. Fast. Aber nur fast. Nicht ganz so süß. Da unten ist der Einsiedler. Guck mal, ich bin ja... Bin hier gar nicht so weit weg. Achso, das ist nur ein Einzelner. Schade. Ich hatte schon gehofft, dass das hier eine Höhle gibt. Naja, egal. Ich glaube so. So, da ist nichts. Was ist denn da mit der Pflanze? Das sind auch keine Pilze. Und eigentlich bin ich ja jetzt schon wieder da, ne? Also, wir sehen. Ach, guck mal, da ist sein Ast runtergefallen. Naja, ist okay. Genau, und da geht's hoch zum Urkungsgrab mit dem Troll. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht hin. Da war ich ja schon. Und weiter nach unten muss ich da auch nicht. Also gehe ich da wieder hoch. Und werde noch eben schnell das letzte bisschen Weg zurückverfolgen, das ich am Anfang mit Elegator zurückgelegt habe, um zu schauen, ob ich da noch irgendwas übersehen habe. Und dieses Banditen verprügeln und Sumpfkohlend und den Troll da mache ich dann, wenn ich mal ein paar Levels stärker bin. Ein paar stärkere Zauber habe, stärkere Rüstung habe. Und oder ein bisschen Erfahrung brauche und die nicht andersweit ich kriegen kann. Dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal herkommen. Ui, eine Heilpflanze. Verdammt. Muss ich nochmal hoch? Ne, egal. Ist nur eine Heilpflanze. Hier lasse ich die. Da ist jetzt ein Dunkelpilz werfen. Den würde ich mal holen, aber eine Heilpflanze. Hm, ne. Ne. Hier was? Nein. Kann ich da eigentlich hoch? Das sieht mir so aus, als könnte ich da hochklettern. Siehst du mal, hier war ich auch nicht. Oder ich habe mich gut genug aufgepasst und habe genau eine Wehre stehen gelassen. Kann ich da nicht hoch? Naja, scheinbar doch nicht. Genau, hier ist die Höhle, in der Alligator Jack stand am Anfang. Ich glaube, die habe ich schon nach Pilzen durchsucht. Oh, war ich hier hinten schon? Nö, war ich nicht. Guck mal, Heilpflanze, Heilpflanze und ein Trank. Okay, kein Pilz, aber ein rostiges Schwert. Interessantes Versteck. Da ist wohl jemand hinten dran. Sieht aus, als wäre er irgendwie eingemauert worden. Und als wäre er dann ein Teil der Mauer eingestürzt und hätte ihn wieder freigegeben. Oh mein Gott. Wie schrecklich ist es, wenn man eingemauert wird, lebendig. Oder vergraben, lebendig oder so. Würde ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Nun denn, ich bin hier durch. Das heißt... Moment, war ich hier drüben schon? Also, oben auf jeden Fall, das weiß ich. War ich denn hier unten schon? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, ich bin hier durch. Ich glaube, ich bin hier durch. Naja, das passt. Das passt. Ich kann ja mal offscreen nochmal Jacken da exakt und haargenau durchsuchen. und euch dann einfach nur die Ergebnisse zeigen. Also im Sinne von, ich merke mir dann einfach, wo was liegt und gehe dann nochmal in der Aufnahme dahin. Gut. Ansonsten. Ablösung für Vatras. Da ist Mixir schon unterwegs. Das heißt, hier ist soweit alles geklärt. Ich habe leider keine weiteren 10 Lernpunkte, um die höchste Stufe der Bauersprache zu lernen. Also werde ich mich jetzt hier einfach mal nach Korinus zurückbegeben. So. Und dann bin ich ja immer noch auf der Suche nach dem Auge Innos. Dass diese dämliche Pedro aus dem Kloster gestohlen hat. Die Bedrohung durch Raven ist abgewehrt, aber die Bedrohung durch... Tja, durch wen eigentlich? Durch Belia. Oder durch die Drachen waren es. Genau. Die ist noch nicht abgewendet. Nehme ich den Teleporter. Wo komme ich da hin? Da komme ich entweder zur Stadt oder zur Taverne. Ich bin aber hier tatsächlich näher dran, wenn ich einfach direkt rauslaufe. Und dementsprechend werde ich hier einfach direkt rauslaufen. So wie letztes Mal, ne? Ne, nicht letztes Mal, aber vor ein paar Folgen. Bei einem Schattenläufer. Das hat ja super geklappt. Wenn ihr euch erinnert, dass ich einfach mal gestorben bin. Ich Idiot. Ich habe einfach zu wenig Respekt vor Schattenläufern. Weil ich die mittlerweile besiegen kann. Habe ich einfach zu wenig Respekt. Ja, so ist es im Moment. Hä? Ist das eine Truhe? Ne, okay. Schade. Ich dachte, ich hätte eine Truhe übersehen. Da geht es nicht raus. Hier geht es raus. Das ist irgendwie ein... Ja. Wie soll ich sagen? Ja, Kind, da ist zu Ende. Ich bin durch mit der Erweiterung. Die war erstaunlich lang. Das waren jetzt über 20 Folgen. Und da jede Folge 20 Minuten lang geht, sind das 400 Minuten. Also über 6 Stunden gewesen. Wow. Finde ich gut. Finde ich gut. So, wenn ich mich recht erinnere, habe ich... Ne, habe ich nicht. Alles gut. Ich dachte, ich hätte die Sichtweite irgendwie hochgestellt. Sieht mir aber gerade nicht so aus. Scheinstandardwerte zu sein. Abgesehen davon habe ich meinen Computer zwischendurch noch ein bisschen getunt. Raumtimings und so. Und vielleicht läuft es ja jetzt trotzdem ganz flüssig. Ich habe ein bisschen was nachgelesen über Dunkelpilze. Unter anderem, dass es hier ganz viele geben soll in der Höhle. Aber ich glaube, in der Höhle war ich ja schon, ne? Ja, da war ich schon. Es gibt insgesamt über 500 Dunkelpilze. Oder theoretisch bis zu 500. Noch irgendwas, 550 sogar. Die meisten davon tatsächlich in Jaken da. Aber die habe ich, glaube ich, die meisten. Da habe ich die meisten schon. In Korinus gibt es auch einige. Wenn auch nicht... Also wenn auch die wenigsten von den vier Welten. Und im Minental gibt es auch noch mal einige. Da war ich aber bisher noch nicht so richtig. Deswegen hoffe ich mal, dass ich dort dann noch einiges finden werde. So. Da ist nichts zu tun. Da rechts sind Feuerwarane. Vor denen habe ich einen Heiden-Respekt. Ich laufe deswegen einfach mal durch. Ich bin so mutig. Oder dumm. Aber ich werde mich nicht mit ihnen anlegen. Vergiss es. Das sehe ich gar nicht ein. Nein, 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 nein. Und die Heilpflanzen da sind mir auch egal. Nö. Ich gehe jetzt in Richtung... Tja, wo gehe ich denn da vorne hin bei der Weggabelung? Gehe ich links oder rechts? Ich würde mal sagen, ich gehe links zu dem Jäger. Zu dem Schwarztroll. Ich könnte auch rechts rumgehen und einen kleinen Abstecher machen. Da hatte gerade lag was. Ist ungewohnt, einen Bogen auf dem Rücken zu haben. Aber... Naja, warum auch nicht? Können wir ja machen. So. Genau. Da vorne kommt die A2 und gehe ich rechts oder links lang? Das ist die Frage. Rechts oder links rum? Da vorne lag... Also ich letztes Mal hier war... Glaub ich... Wulff? Glaub ich. Hat der denn hinge gezeigt? In welche Richtung hat der geguckt? Also sein Kopf geguckt. War ich hier oben schon? Ich glaube, ich war hier noch nicht, aber... Irgendwie gibt es hier auch nichts. Von daher ist es egal. Aber... Warum kann man da hoch? Das wäre so ein tolles Versteck für Dinge. Hm. Schade. Vielleicht war jemand schneller als ich. Genau. Hier lag einer. Ein toter... Novize. Magiertenwärter. Ich bin noch nie in einem See geschwommen. Fällt mir gerade auf. Sollte ich vielleicht mal machen. Vielleicht gibt es da Höhlen am Rand. Linksrum bin ich ja letztes Mal gegangen, als ich trainieren wollte. Da war diese Höhle. Was heißt? Deswegen gehe ich jetzt aber mal rechts rum. Um zu schauen, was es hier so tolles gibt. Ich dachte gerade, ich hätte etwas dazwischen gehört, aber das ist Wasser. Ist das hier eigentlich der Vatergläubigen? Ich glaube schon, ne? Und das durch das Wasser schwimmen kann ich mir, glaube ich, auch ein bisschen sparen, indem ich einfach zum Beispiel hier runter... Hey, geht es da hinten weiter? Ach, ne. Soll so aus. Da drüben geht es... Da drüben geht es weiter. Aber ich will da jetzt gar nicht rein. Das mache ich ein andermal. Hä? Was? Eine Kriegsgeule. Warum liegt die denn hier rum? Also warum steckt die da drin, genauer gesagt? Und vor allem, was kann die? Kriegsgeule. Da war sie. 50-50 einhand. Naja, mein edles Schwert ist besser, aber... Okay. Eine Kriegsgeule, warum nicht? Kann man machen. Genau, was wäre denn da hier? Hier war ja die Sonnenalue, die ich geholt habe, für diese Gitter, glaube ich. Schau mal, eine Steintafel. Was kann die denn? Vielleicht nützt mir die ja jetzt schon was. Äh... Lebensenergie, schade, nicht. Ein Handkampf 3. Stärke 3. Zwei Handkampf 3. Nope. Immerhin. Das heißt, es ist eine stärkere oder eine Magietafel. Die ich auch so später verwenden kann. Genau, hier ist der schwarze Troll. Da werde ich wahrscheinlich nicht hingehen. Da wird das Auge in uns nicht sein. So blöd wird hoffentlich selbst so ein... ähm... Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Aha. Das heißt, er kam wohl aus dieser Richtung und ist in diese Richtung gegangen. Und bevor ich mich mit denen da abspeise, fürchte ich, das wird ein Kampf und Speicherliebe mal vorher. Die sehen mir noch so ein bisschen zwielicht aus, die beiden. Wollt ihr reden? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich will reden. Moin Moin. Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig. Er mag keine Fremden. Okay. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja? Wen denn? Dich. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Und jetzt plötzlich greift er mich an. Meine Güte. Ich friere mal den ersten ein. Das ist so elend, aber nicht. Ich kann mich ein bisschen trennen. Ups. Das war der Falsche. Oh mein Gott, hauen die rein. Ne, bald. Dämlicher Mistkerl. Schade. Hab ich die Erfahrung nicht, aber... Verdammt. 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 Ach nö, so knapp. Aber interessant ist ja, solange ich sie nicht angesprochen habe, haben sie mich in Ruhe gelassen. Das heißt, ich kann mir das Ganze jetzt sparen und wann anders, wenn ich eine bessere Rüstung oder eine bessere Waffe oder ein paar mehr Zauber habe, hier nochmal herkommen und mich mit denen anlegen. Ich glaube, das werde ich einfach genauso tun. Ich muss ja mich jetzt nicht mit denen prügeln. Ähm. Glaubst du gar nicht daran? Meine Güte, hauen die rein. Ich kann das nicht glauben. So, ich gehe hier wie immer ein bisschen durchs Untergehölz. Ich hoffe mal, ich werde hier nicht irgendwie einem Schattenläufer begegnen oder so. Kann ich da hoch? Tatsächlich kann man da hoch. Hä? Kann man hoch? Okay. Moment. Das will ich jetzt aber mal genauer wissen. Wo nehme ich da hin? Kann ich da hoch? Tatsächlich? Nein, nein, nein. Kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Alles gut. Was? Ach da, Old Red. Mehrere sogar. Was? Was habe ich dir denn getan? Was? Hä? Was war das denn? Ich habe doch gar nichts... Ich habe doch gerade nur... Hä? Warum hat er mich gerade angegriffen? Ich habe doch auf den Mo-Red draufgehauen, oder? Was zum Henker? Das verstehe ich jetzt nicht. Greifen die mich an, sobald sie eine Waffe ziehen? Sag nicht, das hast du nicht gebost. Die zieht man nicht mal eine Waffe, wenn ich mit Waffe vorbeidaufe. Ist ja lustig. Naja gut, wo kommen denn die Mo-Reds her von da vorne? Dann will ich doch gleich mal verhindern, dass die in Richtung der Landstrecher laufen. Na komm her. Na komm her. So ist gut. Ach je. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube, man merkt ein bisschen, dass das Spiel ein bisschen buggy ist. Aber... Naja, was soll's. Ich finde, man kann damit umgehen. Hier war gerade irgendwo ein... ...ein Pflänzchen. Ein Mana-Pflänzchen, dachte ich, wäre das. Aber scheinbar... Ist das ja egal. Es ist eh nur ein Heilpflänzchen oder so gewesen. Wie auch immer. Blauflieder. Mo-Reds. Na klar, die schaffe ich doch. Was? Oh, was? Ein Schlag... Oh, Gegner. Das ist gut. Das ist super. Da ist eine Höhle. Aber erst will ich wissen, gibt es hier Pilze? Hm, nein. So, was haben wir hier? Okay, ist das eine Ork-Axt? Nein, eine rostige Axt. Da drin sind... Da ist ein Skelett. Das waren sogar zwei Skelette. Die Höhle macht mir Angst. Ich hoffe, das war's. Ich füll mal eben meinen Mana auf. Ich komme noch in eines Skeletts. Genau, die kann man immer gebrauchen. Boah, ein Silberteller. Ein bisschen was wert. Nehme ich mit. Ich hoffe ja, dass es hier Pilze gibt. Aber zuallererst will ich wissen, ob da hinten noch irgendwie ein Gegner auf mich wartet. Ein weiteres Skelett. Frostiges Schwert. Ein Silberkelch. Irgendwie alles nicht so toll. Und dafür soll ich mich hier mit Skeletten anlegen, oder wie? Okay. Mach ich doch mal. Da kenn ich nix. Mana auffüllen. Und weitergehen. Ich hab keine Ahnung, was ein Schattenkrieger tut. Ich hab keine Ahnung, was ein Schattenkrieger kann. Ich weiß nur, ich will's nicht rausfinden. Ich fürchte nämlich, dass ich zur Zeit auch noch zu schwach bin dafür. Ähm. Please don't kill me. Ist er noch hinter mir? Sieht nicht so aus. Gut. Dann speichere ich hier mal. Ich denke mal, ich bin hier vielleicht bald am Ziel. Ich weiß es nicht. Skeletten. Ich suche hier eigentlich den Pedro, ne? Der hier den das Auge in was haben sollte. Ein Suchender. Oh, verdammt. Oh mein Gott, was kommen die da hinten, die Suchenden? Das sieht ja böse aus. Und er liegt hier ein toter Novize. Nichts zu holen. Ein toter Novize. Tio, dann würde ich mal sagen ich schnappe ihm einen Eisblock. Oder willst du mich ansprechen? Tatsächlich. Da liegt ja noch einer. Du kommst zu spät. Wir haben das Auge in uns zerstört. Auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses, unterfangenes Dauber den Meister herauszufordern. Hä? Was? Hä? Was? Habe ich gerade eine Blutfliege eingefroren oder was? Was ist denn da los? Und wer ist das? Ein weiterer der Novize. Er hat eben eine Apfel dabei. Ähm. Okay. Ich bin weg. Moment. Warte mal. Ich bin in Korinis. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mich zu teleportieren. Dann mache ich das doch mal schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sagt das? Was sagt das Tagebuch? Was sagt das Tagebuch? Übrigens, willkommen zurück zu Gothic 2. Je nach das Raben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich da gerade geschnitten habe, aber... Na, kommt schon irgendwo hin. Ähm. Die haben das Auge in uns zerstört. Keine Ahnung, wie ich das nun wieder regeln soll. Ja. Ach, herrje. Ach, herrje. Ach, herrje. Das Auge in uns ist zerstört von den dämlichen Suchenden an diesem Steinkreis mitten im Wald. Auf, dass es nie wieder benutzt werden kann. Oh mein Gott. Was tun wir nur? Ich glaube, ich werde zuallererst mal mit Vatras reden. Der dürfte ja jetzt eine Ablösung haben. Oder ist das schon Myxir? Nee, das ist Vatras. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Klar. das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahre, gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen? Ja, das tue ich auch. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Ähm, warte mal. Hä? Woher weißt du das? Ich habe das Auge Enos gar nicht dabei.